Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schweineställe und Gewächshäuser Die Träume werden größer Man investiert in neue Technologien und baut die effizienteste Farm in den Staaten Sobald die Staaten erobert sind träumt man noch größer und nimmt ein anderes Land in Angriff Italien, Japan, Kolumbien Man schwimmt in Geld, also kauft man sich überall Farmen Manchmal möchte man entspannen Man stellt mehr Arbeiter an und holt sich ein Tablet Dann denkt man über den Sinn des Lebens nach Doch bald arbeitet man wieder weil man selbst am besten weiß wie man Feldfrüchte vor Dürre, Ungeziefer oder Feuer schützt Am Ende des Tages erkennt man was für die Farm wichtig ist Du selbst